Vor Ihnen steht ein Peugeot aus dem Baujahr 2015. Dieses Hybridauto verfügt über einen Benzin und einen Elektromotor. In Kombination mit der Automatik macht das das Auto sehr komfortabel und gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Dieses Auto ist unter anderem mit einer Klimaautomatik, einer Geschwindigkeitsregelanlage und einem Bluetooth-Car-Kit ausgestattet. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Peugeot machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Abonnieren Sie eine Probefahrt mit einer Klimaautomatik.